Guten Tag! Guten Tag! Wie kann ich Ihnen helfen? Ich suche neue Möbel für meine Wohnung. Ich suche einen Sofa, ein Bett und auch einen Kleiderschrank. Ja, dann sind Sie hier richtig. Wir haben viele Sofas, Betten und natürlich Schränke. Schauen Sie, hier zum Beispiel. Das Sofa ist schön. Ja, ich finde das Sofa auch schön. Aber es ist sehr teuer. Finden Sie? Nur 3000 Franken? Naja, und hier, wie finden Sie das Modell? Das ist wirklich toll und so günstig. Ich glaube, ich nehme das Sofa. Gut, und wie finden Sie das Bett? Sehr gut. Was kostet es? Nur 1000 Franken. Das ist ein Schnäppchen. Ja, gut. Ich nehme das Bett. Sehr gut. Jetzt nur noch der Schrank. Wie finden Sie den Schrank? In rosa? Nein, danke. Und der Schrank? Ja, ich finde den Schrank besser.